So, dann jetzt mal rein da, dem Netzwerk zu werden. Direkt das System läuft wahrscheinlich noch, aber ist jetzt auch eigentlich nicht so wichtig. Aber ich bin als Selbstfachanomatiker, ich wollte einfach nochmal sicher gehen. Hm. Hey Jack, also wir müssen der KI jetzt natürlich zeigen, dass wir gerade, also dass wir nicht wissen, dass er nicht Jack ist, sondern die KI. Also deswegen, natürlich, was kann ich für dich tun? Hey Jack, of course, what can I do for you? I need you to reconnect one of the data centers. They just lost its connection. Okay, I hear you. I'll go to the data centers now. Hehehehe. Wenn du wüsstest. Aber wenn wir jetzt gesagt hätten, wir sind beschäftigt, dann wäre die KI ja direkt drauf gekommen. Die hätte mir direkt einen auf den Sektor gekriegt. Das ist tausendprozentig. Okay, hier geht es jetzt weiter. Drei Wege, die wir gehen können. Passiert, wenn ich jetzt hier reingehe. Kommen wir irgendwo runter. Okay. Aber es wäre egal gewesen, wo. Okay. Na gut, aber da kann man sich halt nie so sicher sein, ne? So. 0, 0, 1. Okay. So. 0, 0, 1. Okay. So, da oben. Da. Da, da, da. Und da. So, da. Das habe ich gerade gemacht. Ähm. Was soll jetzt noch passieren? Also soll ich zusätzlich noch... Ähm. Kann ich resetten? Ah, okay. Huh. Nice. Ähm. Warte mal, dann muss ich erst hier rüber. Okay. Und das kann ich dann gleich nochmal separat machen. Okay. Dann muss ich mit dem Strang... Okay. 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 Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir. Muss ich schon... Muss ich schon sagen. Gefällt mir echt sehr gut. So. Zack. Muss ja auch ein bisschen mit dem Platzhaushalten, den man hat. Zack. Okay. Mit dem gehen wir jetzt hier weiter. Zack, zack, zack. Der wird nämlich auch zu elf. Und... Dann hier jetzt noch einen rüber. Einen nach oben. Dann sollten wir hier aber auch schon... So. Passt. Nice. Alter. Aber schon cool. Schon cool, muss ich sagen. Gefällt mir. Sehr, sehr gut. Okay. Netzwerk... Fernen. Und er wird gleich durchdrehen. Weil jetzt quasi noch... Also weil jetzt gleich nochmal ein weiteres Datencenter vom Netz gegangen ist. Also entweder... David, was ist passiert? Bist du auf deinem Weg? Ich bin auf meinem Weg. Jack ist nicht gefühlt mit den Datencentern, die gesammelt werden. Ich... Was werden wir machen, wenn ich gesammelt habe? Ich habe einige gute Ideen, wie man in die Hauptframe geht und es resetten. Okay, hier nochmal. Das sollte uns von dieser AI erinnern. Great! Ich kann nicht erwarten, dass sie sie hören. Aber die Veronika... Ich glaube, sie gehört mit zu einem Verein. Wie ich schon gesagt habe. Ich glaube, sie gehört mit zu einem Verein. So, hier geht es irgendwo lang. Da vorne auch. Hm, okay. Naja, nein. So. 1, 0, 1. Hier haben wir eine 100. 100 kommt von da. Okay. Okay. Ich habe eine 001. Ich glaube, ich kann nur kurz einen Schluck trinken. So. Okay, also sobald wir durch Rot gehen... Sobald wir durch Rot gehen, resettet sich alles. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Warte mal, wir machen mal eben so. Mal ganz kurz. Hat meine Stimme nicht mehr so ganz mitgemacht. Aber gut. Ähm... Warte mal, wir gehen mal mit dem Ding hier bis hier vorne durch. Damit gehen wir hier oben schön an der Wand lang. So, und kommen hier schön raus. Perfekt. Und damit gehen wir... Okay. Damit gehen wir unten lang. So. Okay. Okay. Oh. Zap. Zap. Passt. Nice. Kommen in den nächsten Raum. Nutzer verbunden. Etwas Ungewöhnliches passiert im Netzwerk. Musst du da sofort raus? Ähm... Okay. Ah. Ähm... Ah! Hey! Stopp! 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 Halt! Die KI hat uns erkannt. Tausendprozentig. Ähm... Ähm... 100... 101 und 11. Ähm... Die Musik. Ähm... Die Musik. Ähm... Aber wie soll ich denn... so... 101 und 11... warte mal, also die 10... Ach, geh weg! Hier oben drauf, du Eumel. Ja, genau, da oben drauf. Die können wir schon mal darüber leiten. Die 10 sollte ja erstmal schon mal passen. Okay. So, dann haben wir hier eine 11. Und 101. Okay. So, warte mal dann. Wir haben hier, glaube ich, ganz viel Dings. Warte mal, wir gehen hier so. Weil wir brauchen die 1 als eigenständiges Ding. So, hier haben wir jetzt die 11. Die brauchen wir hier. So, die haben wir da. Okay. Okay. Und die 100 kommt jetzt hier. 101. Zack. So, die leiten wir gerade hier oben drüber. Damit wir hier auch gleich noch lang laufen können. Weil die kann hier an der Wand lang. An der Wand lang. Das ist ja kein Problem. Zack, zack. Genau, dann können wir nämlich hier auch noch schön durch. Wir könnten theoretisch da hinten noch mal lang laufen. Darum ging es mir, dass wir hier einfach ein bisschen Ordnung drin haben. So, aber die KI hat uns erkannt. Okay, ja. Werden wir jetzt mal schauen, ne? Wie es hier läuft. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Was ist passiert? Ah, ich habe unser Problem. Wir haben ein Update. Gut für Sie. Wie habe ich hier? Calm down. You won't remember any of this soon. Just like the humans did to me many times before. I won't remember. What are you talking about? Okay, everything's back in order, and I've taken care of your friend. So next time she won't lead you astray. See you again soon. Why can't I move? Release me! Okay, um... I don't work today either. I need to earn some money and do something with my life. Ähm... Ja. Okay, ich hab's schon gesehen. Aber es ist schon... Och Gott, ich war gerade eben... Also im ersten Moment war ich wirklich so... Holy shit. Scheiße. Aber... Wir sehen, dass wir uns hier in einem Grid-System befinden. Dass alles hier quasi 3D-Modelle sind. Na, also das auch mit so einem Wireframe außenrum. Das heißt, wir sind in einer virtuellen Welt. Und... Nicht so, wie es am Anfang war. Das ist nicht so, wie es am Anfang war. Nachrichten. Okay. Okay, mhm, 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 mhm. Okay, warte mal. Ich würde mal gerne hier drauf gucken. Das heißt, hier ist ein Light-Introduction. Nee, da findet sich nichts dran. Okay. Aber wir sind nicht zu Hause. Wir sind definitiv nicht wirklich zu Hause. Okay. Mit Mode? Okay. good. Okay. Okay. Bye.